Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac und heute geht es um das Model S. Wir schauen uns heute einige Daten an. Es wurde ja gestern Nacht präsentiert und wir starten gleich mal rein hier mit dem, mit dem man arbeiten kann, mit den Zahlen. Denn 628 Kilometer natürlich ein geschätzter Wert. 2,1 Sekunden von 0 auf 100 und 322 Kilometer Spitzenwert, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit geht. Genauso wie 1020 PS. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, das Event gestern war sicherlich nicht so überragend oder mit Neuigkeiten bestückt, wie es vielleicht manche gedacht hatten. Aber wenn man in die Details schaut, sieht man hier schon, dass Tesla einige Dinge getan hat, um sich auf die weitere Zukunft vorzubereiten und das ist meistens immer im Luxussegment zuerst zu sehen. Und darauf gehen wir jetzt einmal ein. Offiziell steht 2,1 Sekunden. Elon Musk hat es bekannt gegeben, dass man auch 1,9 Sekunden von 0 auf 100 geschafft hat. Nicht nur das. Es gibt auch einige Funktionen im Auto, die wir jetzt hier gerade mal ganz kurz durchgehen. Und eine der Funktionen ist auch, dass man eine Wärmepumpe installiert hat und neu gebaut hat, die 35 Prozent weniger Energie verbraucht. Des Weiteren ist es so, dass man das Tesla Model S mit 187 Meilen in 15 Minuten aufladen kann. Also auch eine relativ hohe Geschwindigkeit, in der es aufgeladen werden kann. Wichtig zu dem Thema Supercharger gehe ich gleich noch drauf ein. Des Weiteren ist es so, dass dieses Auto wirklich auf Entertainment gebaut worden ist. Es gibt so viele Funktionen da drin, die in der nahen Zukunft und in der weiteren Zukunft irgendwann sehr entscheidend werden. Für all diejenigen Model S bestellen, wenn wirklich jemand hier aus Deutschland dieses Model S bestellen möchte, sehen wir, dass die Auslieferung erst zum Quartal 1 in 2022 anfängt. Das heißt für, ich gehe mal davon aus, alle europäischen Käufer wird es noch eine Weile dauern, bis entsprechend wir die Model S Plaid hier in Deutschland sehen können. Um nochmal zurück auf das Entertainment System zu kommen. Tesla bereitet hier das Model S wirklich darauf vor, dass es entsprechend irgendwann selber fährt. Und dieses Steering Wheel, wie wir es ja nennen im Englischen, ist eben halt sehr gewöhnungsbedürftig. Und es ist so, dass dieser Teil, der eben halt oben fehlt, für viele sehr ungewöhnlich ist und sich wirklich wie ein Rennauto anfühlt. Es hat aber auch viele Vorteile. Und einer der Vorteile ist, dass man eine sehr freie Sicht auf den Bildschirm direkt am Lenkrad hat, den man sonst ja nicht hätte. Also ich finde, das ist eine sehr gute Wahl, aber es wird noch sehr ungewöhnlich sein, mit solch einem Lenkrad zu fahren. Wie gesagt, das ist eine der Dinge und wir haben auch weiterhin sehr, sehr gute Qualität, wenn es ums Infotainment geht, wo wirklich Tesla einiges tut, dass wirklich Computerspiele gespielt werden können, ja, mit den ganzen Insassen Spiele gespielt werden können. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, wenn man irgendwann mal im Regen irgendwo steht, sein Auto auflädt, hat Kinder im Auto, das ist der Luxus. Und ich glaube, dass dieser Luxus auch irgendwann noch in die Model 3 und Model Y-Version reinkommt. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit. Des Weiteren für uns sehr wichtig ist auch die Reichweite von 628 Kilometer. Es wurde nicht sehr viel über die Batterien gesprochen. Es ist nicht recht deutlich, was für eine Kompensation von oder Zusammensetzung von Batterie da jetzt schlussendlich drin ist. Aber die Reichweite spricht wirklich Bände, also 628 Kilometer, da muss ich sagen, da hat man eigentlich fast gar keine Angst mehr, wo man irgendwo stehen bleibt oder strandet. Nichtsdestotrotz wissen wir um die Schwierigkeit der Ladeinfrastruktur, aber Tesla arbeitet ja sehr gut daran. Also nicht nur, dass es das schnellste Auto ist, es ist auch sehr, sehr effizient. Es hat geräuschdämpfende Fenster und es hat auch des Weiteren eine neue Konsole, beziehungsweise ein neues Infotainment, welches auch im hinteren Teil des Autos zu sehen ist. Und wenn man das alles zusammenfasst, muss ich schon ehrlich sagen, dass Tesla hier sehr, sehr viel getan hat und dass es schon Sinn macht, hier entsprechend nicht noch eine Plaid Plus Version anzubieten, welches ja von den Medien auseinandergenommen worden ist, sondern entsprechend hier mit diesem Auto an den Start zu gehen. Die Lieferungen haben jetzt offiziell gestartet und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie dieses Auto auf die Straße geht. Und ja, vielleicht produzieren sie es auch irgendwann mal im europäischen Markt, hier auf dem Giga Berlin Gelände. Das wäre ja wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ein weiteres Bild für euch vorbereitet, nämlich nicht nur das Model S, sondern wir werden auch auf das Thema Supercharger eingehen und hier schaut einfach noch mal ganz genau hin, was ihr hier seht. Weil das ist eine neue Produktionsart, wie man die Supercharger fertig fabriziert. Und darauf gehe ich gleich ein, denn es gab auch einen weiteren Hinweis, dass eben halt nicht nur die Schnelligkeit, also 15 Minuten, 187 Meilen, sondern auch die Stärke sich ändert. Bis zu 350 Watt beim Aufladen, das ist ein neuer Höchstwert. Wichtig dabei, die Werte, wie viel aufgeladen wird und mit welcher Stärke, können ja auch variieren. Also das ist jetzt nicht gemeint, dass dieses durchgängig der Fall sein wird, aber Spitzenwerte von 350 Watt sind schon eine sehr gute Zahl. Wenn wir uns jetzt hier auch gerade noch mal das Gelände in Orsten anschauen, ich glaube, dass wir nicht lange warten müssen. Ich würde mal sagen, ein bis zwei Jahre und vielleicht wird man dann in Giga Berlin auch eine kleine Produktion des Luxussegments anbieten. Wir wissen, dass der Bedarf hier in Europa für Luxusautos auch da ist. Wie gesagt, es ist eine Vermutung und ich glaube, dass es Sinn machen würde. Zu den Superchargern würde ich gerne noch erwähnen, diese Vorproduktion und das Zusammensetzen hier, was ja auch mit der Ladeinfrastruktur zu tun hat, wird dazu führen, dass Tesla viel schneller expandieren kann. Es ist viel, viel weniger Arbeit. Sie müssen diese vorgefertigten Teile nur noch einbauen. Und daran sieht man, dass Tesla an allen Fronten arbeitet. Und gerne bestätigt mir das auch noch mal in den Kommentaren, was ihr denkt. Aber sie arbeiten wirklich an allen Sachen. Sie kreieren neue Teile, wenn sie sie brauchen für ein Auto wie ein Model S Plaid. Oder machen Innovationen, die dazu führen, dass sie ihre Vision schneller umsetzen können. Und ob das so einfache Dinge sind, wie bei den Superchargern, wie ihr gerade gesehen habt, oder eben halt Dinge wie das Infotainment, wo jeder sich vielleicht drüber schmunzelt, aber ab einem bestimmten Punkt, wenn die Autos selber fahren, wird jeder Tesla dafür danken. Das sage ich euch ganz ehrlich. Es ist ein wirklich sehr, sehr schlauer Schritt. Lasst mich gerne wissen, was ihr über dieses Video denkt. Und lasst mich gerne wissen, was ihr über die Präsentation von Elon Musk denkt. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Euer Marian. Und ich wünsche euch ein Wunderschönes Wochenende. Und ich wünsche euch ein Wunderschönes Wochenende. Und ich wünsche euch ein Wunderschönes Wochenende. Und ich wünsche euch ein Wunderschönes Wochenende.